Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Marios Mesochistic Mission mit Sea of Troubles. Oh yeah, Marios Dart. Gucken wir mal an, was soll... Level. Trolls? Äh, gibt das überhaupt? Hallo? Geht doch gar nicht. Muss ich ja groß sein. Ei, 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 ei. Oh, würde gehen. Ne, da muss ich hier rechts und dann sofort. Alter. Da kann ich auch nicht... Hoch kann ich auch nicht, Alter. Äh, äh, äh. nein das geht nicht okay das geht nicht also würde ich sagen wir machen beim ich weiß das ich weiß nicht aber das weiß ich nicht edv blablabla ghost house okay der level name stands for i don't want to be the ghost high truth you can do this word to expect from this level keine ahnung was ich machen soll brauche ich glaube ich speed oh ja da brauche ich speed und geschafft oh my god okay bis jetzt läuft gut in dem level nur zweimal bis jetzt gefehlt dreimal wo ich brauche ich dir unbedingt zum fail counter oh my god okay hier warten okay da muss ich hoch oh my god oh my god oh my god jesus okay hoch okay geschafft what the hell okay 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 oh nice one aha nach unten okay da muss ich rechts runter gut zu wissen wer wer fast für seite gewesen gott läuft doch jesus aber irgendwie klar und ane schade dachte da kommt links auch noch was notenblöcke notenblöcke ah fuck ne ja aber notenblöcke ich könnte hier mal sowas machen und hier auch okay das sollte eigentlich easy sein ja ist es auch nur ich bin so dumm dazu gott erstmal auf dich nein fail weh ne dreck dreck ok ok oh mein mich doch verarschen geist probierst man hier ja und gleich mal für safe state nice gut dass ich hier noch also es ist ja nicht allzu weit immer wieder die noten lecker hoch und jetzt habe ich das wahrscheinlich nicht mehr wieso war mir das klar doch ich packe ich hier ich sehe es doch natürlich doch nicht so muss ich rosten gott und wieso habe ich da oben nicht gesetzt jetzt passt wieder mal gucken ob das cast ob das ghost geisterhaus jetzt auch zwei exits hat wie beim normalen mario da kann man ja oben in das secret das secret exit nehmen welches da da bekommt man dann joshi pilz blumen feuerblumen feder also ist quasi so da kann man sich auch unendlich leben fahren einfach rein joshi holen und sobald joshi weg ist erscheint ja dann leben wir gucken ob das auch geht weil dann würde der untere level auch sinn ergeben wie mache ich das würde eigentlich geben mit ein bisschen speed oh ja so geht's doch da brauche ich einen kleinen sprung besten ab gott bevor irgendetwas wieder schief läuft mache ich lieber einen zweiten safe alter ich stelle mich der war nice der war nice der war nice ich bin erstaunt über meine spielerischen fähigkeit denn da kann ich mehr darüber springen da muss ich jetzt so rüber geht doch ja war irgendwie klar so darüber das war jetzt nicht so schwer und machen wir lieber noch mal das sicherheitssevungen ne scheiße auf dem mund im braucht kein schwein wir haben sowieso 27 lives aber wieso verkack ich hier geht doch ja war klar jetzt war das links darunter habe ich habe es gerade gesehen da geht es ja nicht weiter ach gott hallo 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 doch jetzt das ist geil das ist geil gemacht da fällt man unten das ist jeden klar denke ich habe okay das ist jetzt nicht so schwierig und rüber oh ja eine tür natürlich tür mal gucken der exit ok da gehen wir noch nicht hin erstmal gucken was hier ist ein geist heilige kacke ok den lassen wir jetzt mal den eiser tust du nein tust mir nicht weh und solche dinge weh und und rüber und ja war mir klar ich kann man töten wieso habe ich das jetzt gemacht ich nehme die beiden von der mitte weil dann kann ich höchstwahrscheinlich auch auch nur drei schläge brauchst sehr äußerst nice jetzt müsste ich von god stupid ghost einige alter ich will doch nur da hoch ok gut und den nehmen warten bis er kommt wir stehen richtig in your face ok das ganze sollten wir jetzt noch einmal machen müssen aber ich denke wir werden den öfters treffen müssen weil mehrere um sind gott jesus gott und das sollte jetzt der secret exit gewesen sein ja das werden wir nicht machen denn das level weiß ich da können wir erst hin sobald wir ich denke es wahrscheinlich alle psw gemacht haben denn es ganz blind ist ja auch nicht also das ghost house das kenne ich jetzt schon ist aber auch schon länger her ja es ist eigentlich blind sagen wir so nur ich weiß dass man da oben höchstwahrscheinlich sämtliche psw braucht und ich kann es mir denken sagen wir so jedoch wirklich sinnvoll wobei gucken wir einfach mal rein schadet ja nie danke das heißt ich kann jetzt diese nein du bist böse ich mag keiner der war schon mal epic der war richtig nice aber der war richtig fail aber das war wieder richtig gut wie kommt man da unten hin zum mond versetzt sagt sagt höchstwahrscheinlich durch hier oh ja kommt da 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 will ich testen wie um alles in der welt soll man da bitteschön hinkommen und wie um alles in der welt kommt man da wieder weg oh mein gott ok dem mond nehmen wir mit weil wegen mondes sind jud war eigentlich beim vorherigen lauf auch mitnehmen können geht doch sagen wir sind hier sagt geht doch relativ flott also ich hätte sowieso zweimal machen müssen aber jetzt habe ich hier verkackt und zu weit nach rechts gegangen und festhalten mario danke sehr so dass ich nicht mehr machen müssen falls ich mich das selbst hätte ja oh ja oh ja und was wollte irgendwas sagen aber ich habe es vergessen ist ja auch nicht wichtig diesmal gehen wir chili nicht die schuld weil chili sonst mich wieder nur zu flammt ja ja so ist es halt mit chili oh ja chili 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 da war jetzt chili schuld und wieso weil ich gesagt habe chili 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 und dann habe ich gefällt also haben muss die schuld haben er will nicht dass ich das ohne wir kommen dann dahin bin ich dass ich das schiffe die chili ja ja oh gott sind wir immerhin zumindest hier okay und ich habe total vergessen wie ich das vorher gelöst habe da oben also den assi jump hier ich glaube den habe ich mit dem drill jump gemacht von ganz hier so oder ja ich hätte fast geladen ich hätte fast geladen wieso ist das so rutschig das gefällt mir gar nicht so jetzt sind wir zumindest schon mal hier komm mach hin ich weiß ein kurzer jump und dann sofort auf die hallo geht doch okay jetzt haben wir es eigentlich schon fast geschafft müssen nur das hier noch machen komm das geht aber ging ja vorhin auch da den drill jump ja jetzt sollten wir es eigentlich schaffen aussehe ich bin so dumm und fehlen darf ja ging doch jetzt die ohr der 6 seit wenn jetzt verfallten bei dem phase wenn ich mich jetzt was hätte wäre es dumm gewesen da war ja links rechts was ja ja links rechts schwächen ich meine rechts sage links und ich habe gedacht ich habe das ist das ist auch wieder ein dummer kein dummer sprung so gut und wir haben es geschafft und da ist übrigens ein grafik bug kann ich euch kurz zeigen man sieht hier den geist oben aber wenn ich jetzt hier bin ist er weg ja das heißt ich könnte jetzt auch hier ich stehe zwar oben aber er ist weg ja grafik pack ja ja das ist mir vorher aufgefallen nein ich will da punkte für ich will da punkte für ich will da punkte 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 da dann gibt es halt keine punkte egal da unten kommen wir leider nicht weiter pit of five trails okay wir gucken jetzt noch dass Maschum Kindermann beim der 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 die das war sehr höflich rot der u u am einfachsten es wie es sind die zu zerstanthen weil wenn man drauf springt ja überlegen sie einmal naja gucken wir einfach mal ob es irgendwie schaffen ok aber da ist ein mond den nehmen wir mit ok 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 kommt runter habt du auch gott ok es würde gehen jetzt jetzt ok und orges geschafft danke ok hier hoch und da kann man hoch da kann man hoch nee da warte ich jetzt lieber ok jetzt warte mal aber wenn dann sterbe ich halt einfach ist ja nicht weiter so schlimm da kann man hoch da kann man hoch oh ja da kann man wirklich hoch dann gehen wir mal oben vielleicht habe ich mir das jetzt erleichtert für unten nee ich habe einfach was über sprung warte mal wäre es nicht einfach wenn ich so machen würde oder nee das sollte so eigentlich auch gehen aber halt dumm hey so haben wir aber nicht gewettet okay jetzt warte mal hier sagt sicherheits ist fdw war wie ok ich kann ja hier da da drauf und dann ja fail geh du mal hoch könnte da oben auch lang sehe ich gerade da komme ich nicht hin naja egal lassen wir die jetzt gehen zack zack ne würde gehen wenn ich nicht fehlen würde oh yeah bitch und chili ne ich habe ja gesagt ich fehle dann okay kann aber sein dass ich es wirklich für sowas braucht weil hier sind halt die gelben das mond den wir jetzt ignorieren ja ich höchstwahrscheinlich brauche ist wobei es auch so gehen würde hier ja aber dann komme ich da nicht mehr hoch oder was jetzt hänge ich fest hier gibt es nix aha aha what the hell okay okay kann man da hoch okay da ist ein cooper den wir eliminiert haben okay gut okay kupé eliminieren nee warte ich will eine shell dabei haben ja nehmen wir die mit wissen was da okay die shell können wir mitnehmen die brauche ich sogar sagt bloß ich muss dann ja die brauche ich okay wie du bist wieder da aber shell jumps ich kann sowas nicht ich treffe mich selbst geht doch nice okay ich komme da auch nicht rein ich bin dafür einfach zu dumm wie dann schafft man so dafür hat man abgeschossen soll der misst oder das ist doch ein millimetersprung fuck okay stell dich nämlich mir mit kann man das jetzt auch überspringen oh ja ich trickse das level aus wenn ich den shell jump nochmal hinkriegen würde also shell jump ich weiß nicht ich bin glaube ich einer der wenigen leute die den shell jump nicht hinbekommen ach weißt du was ist mir jetzt zu blöd bis ich da den shell jump hinbekommen bin ich locker schon von unten richtig so ist hier jetzt nur sowas okay außer dass du mich nervst ich hoffe du kommst nicht von unten denn das wäre äußerst fies feige dumm ich will dich nicht töten so nur das einzige problem okay so ich komm hier nicht rein oh god oh god dann tüte ich mich mit einer shell selbst fick dich shell lol 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 habe ich es mir kann ich mir dich wieder nehmen dann bist du mir egal dann bist du mir egal hopp 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 oh mein god hallo oh god wie geht das ich muss von hier jetzt warte mal gott und cool na 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 ja komm oh Okay. Hallo? Geht doch. Oh Gott. Oh, danke. Boah, wie kann man so ein Level nur machen? So. Das ist noch lange nicht vorbei, habe ich das Gefühl. Halten. Vielleicht mit Speed? Nee. Ich muss hier. Ich muss hier. Okay, so. Ich darf da rechts nicht hängenbleiben. Ah Gott. Ja, das wird wieder ein langer Part. Jesus. Jesus. Nein. 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 Ich glaube, wir sind uns wieder da. Ne, wobei. Ist mir egal. Komm. Macht einfach Pause, überspringt es. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das war alleine 200 Sekunden da. Rechne aber hoch, 200. Das sind drei Minuten mit meinem ganzen Gefälle. Das sind locker zehn Minuten für den Arsch gewesen. Oh Gott. Jesus, holy shit und so ein Bullshit. Das ist echt behindert. Echt dumm. Ah ja, geh doch da hoch. Scheiß Klempner. Oh, jetzt bin ich wieder. Jetzt auch wieder Chili schuld. Obwohl ich gesagt habe, er hat heute keine Schuld. Ah ja, jetzt habe ich auch noch vorgespult. Nice. Ah ja. Ah, das war nix. Ah Gott. Jetzt war da ein Lag, weil ich es wahrscheinlich folge. Äh. Interessiert mich nicht. Was war da? Genau, ich wollte... Da habe ich, glaube ich, eine Shell gebraucht. Ja. Okay, wir sind wieder hier. Jetzt kommt mein Epic-Skill an Shell-Jumps. Ja, der ging jetzt flott. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Da muss man ja... Oh Gott. So. Okay, gut. Ja, jetzt sind wir eh schon wieder da. Also war es doch nicht so lang. Ich habe mich einfach nur dumm angestellt, wie immer. Ne, ich glaube, das Schwierige kommt ja noch. Ja. Das mit den Sprungbrittern. Oh Gott. Tötet mich. Na, da unten. Ich wollte nur gucken. Ja, sage ich jetzt einfach so. Weil wegen, da war ja Mond. Ob man da rechts auch irgendwie dann quasi da runter irgendwas machen kann. Mach du mal hin, du. Scheiß Kackbohn. What the hell, der war knapp. Warte, da kann man bestimmt... Ne, kann man nicht. Ich trickse nicht. Weil ich eh nur fail. Ja, mach du mal hin. Flieg du mal hoch. Oh Gott. Das erste ging ja auch so wunderbar. Mhm. Nein. Zu früh. 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 Muss ich ja hier machen. Alter, verarsch mich nicht. Hallo? So. Geht doch. Dann muss ich... Okay, dann ist es gar nicht so schwer, wie ich annahm. Ich muss nur hier stehen, dann laufen und dann geht's. Okay, okay, okay. Da sind wir wieder. Okay, da blöd anstelle. Und sogar mit weniger Zeit. Ja, waren halt... Äh, waren halt einfach nur dumm anstellen und so. Oh, fast wieder versafestated. So. Jetzt sind wir wieder richtig. So. Gut. Da brauche ich einen P-Switch. Der ist da unten. Oh, Gott. Gott im Himmel. Nee, das ist nur wegen dem dummen Mond. Na komm, jetzt sind wir auch schon da. Jetzt können wir ihn auch gleich mitnehmen. Aber ich... Fuck, jetzt habe ich da gesafestated. Ich wollte das eigentlich nicht. Naja. Hm, egal. Hm, der war gut. Das war gut. so das ist wieder so ein bullshit ich will doch da nur rein geht doch ich brauche ich da den p-switch von unten und wisst ihr was bevor jetzt irgendwas schief geht ich brauche gar den p-switch bekomme ich den ok weiter schnell weiter gott ja ich bin trotzdem noch der meinung dass sich da sämtliche p-switch palest braucht hallo ok es würde gehen jetzt habe ich es aber eh schon verkackt ok dann ist es immer noch nicht vorbei gott ja wir spielen einfach mal so weit wie es geht da müssen wir das später nicht mehr machen ja 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 komm her so mein gott ist würde gehen gott 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 jetzt kommen auch noch bullet pills dazu also wird die leute die es kennen und das kommt ja eh alles in einem part hoch für die die es kennen und wissen die brucht man sämtliche p-switches ja können die könnten eigentlich schon lange abschalten also sie wollen mich fehlend leiden sterben sehen hey bullet bill uncool bullet bill moment ja ok an dieser stelle muss ich kurz pausieren wirklich gut ja ja Bis zum nächsten Mal.